ich habe mal wieder bock auf adora auf es ist ja nicht mehr da petz da gehen wir doch nicht hin oder wenn dir jetzt petz teichnen müssen wir machen auf jeden fall magic nur zauberaffen eigentlich wäre es nicht so praktisch dafür aber naja du hund warum welche tipps der platz der lübse gut sein ist nicht einfach dann gibt es den btd7 auswahrzeichen btd7 ricky ist cool benjamin oh nice ok let's go warum hattest du nicht im kindergarten wenn du so gerne kinder betreust weil die bezahlung scheiße ist ich müsste selbst wenn ich vollzeit also erst mal muss ich sowieso umschulen pädagoger kindergarten kannst du nicht einfach so arbeiten also doppelt geld der typ doppelt mann easy geil und zweitens ist die bezahlung einfach unter aller sau genauso wie die arbeitsbedingungen im vergleich zu meinem jetzigen job naja bau du das ist ja wohl nicht so schwer ich habe gerade ein großes update bekommt aber ist egal ich habe schon in meiner kita gearbeitet er nämlich zwei wochen einmal also zweimal eine woche es hat mir überhaupt nicht gefallen erstens wirst du da als mann sowieso mal komisch angeguckt die wackelaugen sind so lustig und zweitens wie gesagt ist die bezahlung einfach miserabel habe ich ja mit ein paar erzieherin unterhalten die verdienen obwohl die 30 jahre dort arbeiten weniger als ich der teilzeit ist ich nehme money er kriegt doch tatsächlich 300 gold pro runde ja das ist abartig danke sehr das können wir versetzen wie viel geld der bekommt alter guck dir das an doppelt geld ist so oder eben sagt man dann ins darf man kann leider gerade nur die magie aufzeigen aber man bitte könnte auch nicht schaden aber wenn sie sehen kommt dann halt das schirm an Wie heißt er betreuungskönig ich nenne keine namen aus datenschutz gründen aus respekt gründen aus privatsphäre gründen Was machst du genau als job und was mit computern Kannst du bitte mal eine runde nur mit der nagelmaschine machen oder andere only machen auch only haben wir schon ganz oft gemacht aber ich kann ja nächste runde mal wieder eine only nagelfabrik mission machen auf der neuen map ist es wahrscheinlich kein problem Das ist so lame alter guckte ich dir die kohle an der hat schon 1050 Dann kriegt er nur die hälfte äh kriegt er nicht dafür zu viel geld Ich habe einen zweiten geburtstag ja hast du schon tausend mal geschrieben Herzlichen glückwunsch vorträglich zum geburtstags soll ja pech bringen aber wenn du das so sagst dann möchtest du wahrscheinlich dass ich dich beachte bei mir in der stadt bekommen 3000 euro netto pro monat ahja ist klar Kennen wir ja mal Na die erzieher die die kita ist ja was haben wir na kita tarifvertrag Die sind ja alle gebunden an tarifvertrag öffentlicher dienst Ja kann man ja nicht alles nachgucken das ist ja nichts geheimes Du bekommst Jetzt müsste man nachgucken 2020 Das ist hier die sechste stadt das ist das was du als einstiegsgehalt bekommst das ist später wenn du irgendwie ich glaube 30 jahre Und ich glaube das ist die kita leiter oder so die die sechs ich weiß gar nicht genau wo man einsteigt Blablabla so hier haben wir die hier haben wir die dingen sind beschäftigt kinderpfleger kinderpfleger blablabla erzieherin mit schleiter kita Wir haben ja s8 a das heißt wir gehen zu s8 a Das heißt ein erzieher bekommt in vollzeit 40 stunden die woche 2008 noch 29 euro brutto Ja Lass davon übrig sein etwa 1,9,1,8 netto Yo Genau das ist total fair Oh ich warte noch als die die setzen Ich muss noch kurz mal Licht anmachen Also 3000 euro netto als erzieher Gerade wenn man frisch reinkommt ich glaube er nicht Wie gesagt das ist alles nichts geheimes Na wie gesagt normal erzieher bist du hier In der kita s8 a Und ganz am einfachen bekommst du zweit und maximal nach Ich glaube wie gesagt das ist glaube ich die berufserfahrung Bekommst du 3855 Das ist immer noch Egal Ja vielen Dank für deine Kohle Aber du hast ja natürlich auch Kohle von der Spider ist ja alles Wie findest du das Update von Bloons geil Vielleicht nur kannst du dir im BT6 vorstellen Den Schrader oder Gatlingaffen Gatlingaffen der Schrader wird nicht mehr kommen wahrscheinlich Benutzt du Google auf Steam Äh was Ja ja ich habe einen Steam Browser Hier kannst du das Steam Browser damit ihr es auch seht Ähm Da google ich halt auch immer Könntst du bitte auf der neuen Map auf diesem Podest den schwarzen Neue machen Äh ich glaube eher weniger Ja komm mal hin Wir haben einen Job Das ist echt wenig für so eine Ja das ist halt Du weißt du du bildest die Zukunft aus und kriegst dann sowas lächerliches Das ist einfach Ja Das ist der übrigens einer der Gründe warum ich kann niemals Erzieher machen möchte Das ist richtig dass mir Geld zwar ziemlich am Arsch vorbeigeht aber wenn ich keins habe ist das auch kacke Freundin liegt Hey wie kommst du darauf Habe ich irgendwas in die Richtung gesagt Darf ich den Vorn Angel? Darf ich mit dieses Spielen zu meinem Geburtstag? Ja kann ja jeder Immer sagen dass ihr Geburtstag das musst du erstmal beweisen Du musst mir eine Kopie deines Ausweises schicken Nein hör auf mach das bloß nicht Ja herrlich Äh koop was haben wir hier? Pestage Oh ich hab Caps da dran Äh nur Zauberaffen Gehalt einig Ich finde die Themen immer ganz gut die wir besprechen Das gefällt mir Konntest du den ganzen neuen Shop lehrkaufen? Ne noch nicht das dauert noch ein paar Wochen Ich baue noch ein paar mal Odyssee Aber es vergessen meine Nachbarn arbeite schon mehr als 30 Jahre dort Sorry Selbst wenn du 30 Jahre hast Ja vielleicht ist die Leiterin Also selbst wenn du 30 S6 ist 30 Jahre glaube ich Oder 25 Jahre Berufserfahrung Bist du bei 3,8,5 Das heißt du hast etwa Netto aus 2,7,2,8 Ja ok das passt mit dem 3K netto Das ist trotzdem Für jemand der 30 Jahre Berufserfahrung in dem Beruf hat Ist das einfach Ist einfach nicht viel Ja vor allem Die Bedeutung Dieses Berufs Ja ne Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf Das ist der Grund warum ich keinen Erzieher mache Vielleicht mal ehrlich ist es ok Aber nicht davon abhängig sein Ne er hat mich genug aber sich mal auf YouTube Was Ne er hat mich nicht genug aber hat Aber sich mal Was Ich habe das immer noch nicht gelesen Richtig Mich gleich nicht Sich gleich such Ahja Denkst du du fuchst deine Anleger an den Browser Firebox Habe ich gerade schon beantwortet Schön dass wie du mir zuhörst Kann man Skins 2 Blooms Sess machen Noch nicht Also nicht dass ich Aktuell nicht geplant Alter ohne Scheiß Doppelt Geld ist ja sowas von lächerlich Guckt euch die Kohle an die ihr bekommt Holy shit ist das ein Heftiger Modus Gibt es ein Ziel der neue Map Ja Welche Mob Skin findest du am cool Cool X Wie viel verdienst du ungefähr Acht Milliarden pro Minute Na ja der Kindergarten wo mein Bruder war haben die Erzieher sich in ihrer Pause in der Bushaltestelle gesetzt und geraucht Ja das ist ja so das ist was anderes In der Freizeit können sie machen was sie wollen Pause ist Freizeit Es geht ja um den Bildungsauftrag den der Joberzieher einfach mit sich bringt Moin Jays Moin Aaron Mir geht's gut der will und dir Was machst du dieses Team noch wann kommt der nächste Keine Ahnung Ich glaube ich stream gerade noch Entschuldigung muss gerade meine Pizza aber war kurz weg das dann habe ich das nicht gehört ja da musst du leider den stream zurückspulen Du kannst nicht Wie kaum das Thema wieder durch Du kannst dann hier eine Frage stellen dann einfach weggehen Dann hast du schon den Rainbow Script habe ich Bist du Bill Gaps Wer ist Bill Gaps Was machst du wenn einer in der Runde kommt und dann einfach nicht setzt Dann ist es halt so Ich glaube ich bin gut genug dass ich Koop auch alleine schaffe Ist das bescheuert alter 14.000 grebt in mir Es kommt nochmal auf die Map drauf an Wenn es natürlich eine Map ist ich alleine nicht carryen kann dann ist es halt so Dann gehe ich halt raus Und werde diesen Typen auf die Blacklist packen Dass er nie wieder mitspielen wird Aber so hast du es bisher nicht vollkommen Hi Hori Gamma geht's gut mit dir Ich gucke diesen Stream nur wegen den Wackelaugen und jetzt sehe ich sie nicht mal Ja tut mir leid Bin ein Noob das macht nichts war ich auch mal Tut mir leid aber ich will nicht dass meine Pizza verbrennt Das hättest du dir vielleicht vorher überlegen müssen Aber es macht nichts wie gesagt der Stream ist ja da Du kannst gerne zurückspulen Irgendwo in den letzten 51 Minuten ist ja deine Frage beantwortet worden Vielleicht gehst du einfach da zurück wo du deine Pizza geholt hast Müsstest du ja wissen Ich bin echt gespannt ob das mit der Familie passiert Ich hatte letzten Freitag noch ein Kennenlernen gespielt mit einer anderen Familie Mit dem Baby Voll süß Wann letzter Freitag? Quatsch heute ist Freitag letzten Montag Hatte ich mich mit jemandem getroffen Auch irgendwann eine interessante Persönlichkeit Aber man muss schon sagen Man begehen auf jeden Fall interessanten Leuten Das gefällt mir Dann hätte ich vier Familien Und dann arbeite ich im Prinzip noch weniger Belash Nachrichten der Stream Elements Bot Da sind die Wackelaugen da waren sie Ich habe sie gesehen Mir geht es auch um was Das hast du heute gemacht Ich habe gearbeitet Ich habe Mich mit einer neuen Familie getroffen Wo ich zukünftig vielleicht hoffentlich Das Kind sitten werde Und ansonsten habe ich einfach nur gegammelt Ich habe mir stundenlang wieder Streams angeschaut Was man halt so macht Was man so macht Cool dass du alle Kommentare im Chat liest Und meine ich liebe deine Stimme Ja danke dir Freut mich Kennst du den englischsprachigen Leute Die wird ein deutsches Video schreiben Dass das Video englisch sein muss Nur weil das Spiel einen englischen Namen hat Das regt so auf Ne kenne ich nicht Ist das unterschwellige Werbung für dich Da musste ich leider timeouten Ich bin nicht bescheuert Darf ich wen ich Geburtstag habe Mit dir spielen Das habe ich dir vorhin schon beantwortet Schön wie du zuhörst Da habe ich gerade einen Leck gehabt Herrlich Magst du Ofenkäse Ich habe es mal gemacht Aber tatsächlich Na ich weiß nicht Also alleine zu essen Ist eh sowieso immer traurig Vielleicht in der Gruppe Ofenkäse zu mampfen Ist bestimmt geil Wie weißt du ob schon wer in deiner Gruppe war Hast du eine Liste und gehst raus Wenn er schon drin war Logo Ich weiß alles Aber alles im Kopf Ist das normal dass ich auf leicht und mittel keine Trophis bekomme Ich habe die Odyssey nur auf schwer gemacht Und leicht und mittel geben mir keinen Trophis Ist das normal Ich habe es gestern schon gesagt Wie wäre es wenn ich einfach mal die Patchen Durchlesen würde von dem Spiel Von dem Update Komm geh mal hin Geh mal hin Lesen wir uns doch einfach mal die Patchen uns durch Ich will es viel von euch kennt kein Englisch Da stand aber irgendwo hier Hier Trophy Rewards Do not stack from difficulty to difficulty 50 trophies Formate ist der Maximum Du kannst nicht mehr als 50 pro Woche bekommen Wenn du easy spielst und 15 bekommst Und da mittelspielst und 25 Und 25 Da steht bekommst du Maximum nur noch 10 Wie wäre es einfach mal Patchen uns lesen Easy Sich einfach mal Informationen selbst zu schaffen Finde ich immer ganz geil Das ist völlig normal War nicht jetzt Werbung gemeint Ja 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 Sagen sie alle Was sind mehr Doki Cool sagt hast du das sympathisch Danke dir Glaubst du ein paar für mich kennen Dein Channel Bisher kennen es alle Ja Also alle die dich langfristig betreuen Die kennen den Zumindest wissen die das YouTube machen Wie kann man vom Affen den Namen ändern Wenn du dir im Trophy Shop die Funktion kaufst Können wir mal spielen Ja Anteil war das doch nur Dass man nicht in den Chat schreiben kann Richtig Richtig Wie bekomme ich dann die Trophäen Du musst jede Woche erneut spielen Die Odyssee und die Raze Das kannst du nicht alles einmal bekommen Du musst jetzt wirklich lange lange Zeit spielen Wirklich extrem lange musst du spielen Man kann sich in YouTube für Geld Sticker kaufen Das ist richtig Man kann wie in Super Chat Super Sticker kaufen Das ist so right Das ist so schlecht Da kannte Ach wieso Die meisten Viele haben die Notes ja richtig gelesen Als ob ich mich wegen dieser einen Frage Mich in die Patch Notes einlese Boah Boah Ist das ekelhaft Weißt du wie mir das vorgabe vorkommt Ich bin doof Ich frag mal lieber andere Und zack dir dass ich aufbillen Boah Ist das reudig Bin ich auf Arbeit nicht auch mit solchen Kackbratzen zu tun hätte Würde ich das vielleicht lockerer sehen Aber ständig dumme Menschen die sagen Ich muss doch gar nicht selber nachdenken Ich frage einfach andere Bech Ekelhaft ist das Machen wir jetzt den Ofenkäse Mach das Lass dir schmecken Bist du schon mal wegen deinem Channel abgelehnt worden Zumindest nicht dass ich wüsste Oh Gott Alter Leon bist du eigentlich ein bisschen hohl im Kopf Tachchen Niklas Tachchen Giorgios Skitab Ja also mit doppelt Geld ist das Wow Ist das öde Aber immerhin Vielleicht ist die Voraussetzung wenn ich Koop spiele mit euch Es gibt nur noch doppeltes Geld Also ihr dürft nur noch mit spielen wenn ihr doppeltes Geld habt Am Endeffekt ist es eh schnuppe Ob ich jetzt mein Geld ausgebe oder ihr doppeltes Geld benutzt habt Kannst du bitte sarkasmisch aufstehen aber nur kurz aber ich vermisse es so sehr Oh Was passiert denn gerade auf der Welt Oh mein Gott Seht ihr das? Ah ne ihr seht das gar nicht Alter da kommt gerade ein Tempel aus dem Pest Teich Wow krass Es habe ich ja noch nie vorher gesehen ich glaube ich habe irgendwie ein Zico in der Neck Oh es ist weg Schade Tut mir leid für euch Ich habe das Schild nicht ausgedrückt Die Odyssee kann man jeden Tag machen falls es noch nicht wusste es Die kannst du jeden Tag machen aber die Trophäen gibt es nur einmal die Woche Wieso werden die Flieger von schwarzen und haben wieder gold grafik packt das den david Dank für das streams feiert und sind auch sehr unterhaltsam freut mich Schluckt die 30.000 Autismus kickt wieder Wäre jetzt mal eine Frage gewesen was gibt es im Trophyshop kannst du mir jedes item vorlesen Und jeden buff und nerf dann würde ich deine reaktion verstehen aber ich habe eine sache gefragt Ja aber diese eine sache Das ist ausreichend Ausreichend dafür dass du mir zeigst dass du die patch notes nicht gelesen hast Das ist völlig egal dass eine sache oder zehn sachen sind das sind einfach dinge die kann man sich selbst Das aneignen lassen da muss man Da ist aber nie die trophäne habe ich zwei teile Ja sicherlich Boah Brudi Zeig dir gleich Ich habe gestern Odyssee gemacht Ich zeig dir gleich dass man die Trophäen nur einmal pro Odyssee bekommt Momentan Platz 33 im Race gz tasche max Bist du mir etwas allergisch gegen dummheit Hatschi Subnatic ist mega cool ja gefällt mir aber nicht so Der Geschmack von uns allen ist immer sehr unterschiedlich Aber der Damage war easy ist so heftig Wie Kohle der Typ gemacht hat Boah krass So ich habe Odyssee gestern gespielt Und ich kriege weil ich es absolviert habe nur noch Geld Ich kriege keine Trophäen mehr Es gibt einen Grund warum noch steht Event endet in drei Tagen Und zwar nicht dass ihr jeden Tag diese Dings bekommt die Trophäen sondern nur einmal 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 Streamst du morgen Ne morgen und Sonntag bin ich nicht da Es ist morgen und Sonntag wird es keinen Stream geben ein